So meine Freunde und ganz herzlich willkommen zurück zu The Walking Dead. Wir sind jetzt hier in einer neuen Aufnahmesession und im letzten Fall haben wir hier die Glasscherben entdeckt und das Kreuz, was da ist, aus Kreide. Und dann kam ein kleiner Kamerafahrt Richtung Clementine und mit ihr werden wir jetzt mal ein kleines Wörtchen reden und mal gucken, was sie uns zu sagen hat. Okay, wo ist sie denn? Da, da haben wir sie. Wir sprechen sie mal auf das Kreuz an. Hey, Clementine. Hey, Lee. Do, uh, you have any pink chalk? No, it's gone somewhere. Hmm. Do you want blue? No, no, it's okay. Psst, Lee. I found something. What is it? I found this piece of pink chalk and a scuff of it over by the gate. Really? Totally. I was coming to see him for clues. Yeah, Duck, I got it. Good job. Sollen wir jetzt einklatschen? Okay. Cool. Was wir so reden, wir sprechen da. Wir gehen da jetzt mal. Hier, Kreidespur. Okay, sind wir da jetzt wirklich raus? Hoffentlich passiert da jetzt nicht gleich irgendwas. Okay. Also ich seh's denn hier da. Was haben wir denn hier? Hier kann man irgendwas sehen. Das habe ich auch schon mitbekommen. Wir gehen jetzt mal hier runter. Vielleicht finden wir hier. Was ist denn das hier? Ein Gitter. Okay, das ist die Tasche. Was ist denn da drinne? Scheiße, Scheiße. Jetzt haben wir gerade das Wichtiges entdeckt. Ich bin hier. Ich bin hier. Es hat ein paar Meds in es. Es war in der Karte auf der Bühne. Und es gibt eine Angeklappe auf der anderen Seite. Holy fuck. Yeah. Okay, we line everybody up. Everybody. Somebody is killing us. Stealing from that supply is the same as slipping into your room at night and cutting your throat while you sleep. You die. What is the difference? What if Clementine gets sick and we don't have what we need? What the hell? You don't fucking steal from us. Who the fuck is that? We got our people out there. Who are you fucking around? What do we do? You're sick. They're going to start kicking indoors any second. Lily, what the hell are you- What? Just keep them talking. Do whatever it takes to stop him pulling the trigger. You made the biggest thing for your life. Shit. Was wollen die denn jetzt? Enough of this bullshit. Drew, stop putting your boot to these doors. Yeah. Hold it asshole. Take it easy. Alter. Why are you doing this? Just leave us the fuck alone. Why? This fucking guy. Why? Because we got her. That's why. We can split the supplies. Spread them around. Or we could just kill you and take it all. And what about when they run out? When you don't have us out there collecting them for you. Well, I suppose we ought to hash out some terms then. I don't like no hash. And shut up or I'll- Crash! Oh shit! Yeah! Töte die! Töte die! Guuuut! Oh oh! Oh fuck! Get back there! Smoke him out! We gotta get out of here! No shit! Get those bastards! Cover our people and get them to the RV! Go around shit for brains! He's back there! Woah! Woo! Come out! Bam! Get over here! Hurry! Ma'am, you saved our enemies! Get inside! Oh, scheiße ey! Oh! Clementine! Help! Katja! Hang on! Ja! Where is she? He's hiding behind that van! Get your asses around behind! Bam! Komm der letzte! Komm raus! Na los! Bam! Da war noch einer! Huh! Bin doch eben grad zurück gegangen! Hat der mich getötet oder? Ist das nicht deren Ernst? Kann doch nicht wirklich wahr sein ey! Kata! Hang on! Jaaa! Tot! Bam! Oh! Bam! Oh! Bam! Da bin ich schon mal sicher! Oh! Nein! Oh Christ! Hoffentlich wurden sie jetzt nicht erwischt! Ich hab ihn nicht auf den R.V. Ich hab ihn nicht auf den R.V. Ich hab ihn nicht auf den R.V. Alter! Wir müssen doch langsam keine Munition mehr haben ey! Komm schon! Komm schon! Lily! Last chance! Get down here! Los! Komm! Gut! Boah! 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 Kat! Jesus, bist du okay? Ich bin gut! Ich bin gut! Ich bin gut! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Entschuldigung! Alles ist gut, Ben! Alles ist nicht gut! Wir müssen herausfinden, wie das passiert! Wir haben einfach alles verloren! Wir sind glücklich, dass wir dieses R.V haben! Und niemand stirbt! Kat! Ich bin gut! Niemand in hier hat das gemacht! Was ist das? Entschuldigung nach hinten! Die Banditzen hatten unsere Nummer für Wochenende. Das ist anders. Niemand war mit ihnen. Wer es war mit ihnen. Wer es war, war sie mit unseren Meds. Sie haben nicht das letzte Package bekommen, also haben sie attackiert. Entschuldigung nach hinten! Das ist verrückt! Lee hat eine Bagelung von Supplieren, in der Wand. Das ist wahr. Also, Carly, ist es etwas, was du sagen willst? Bitte! Wir müssen es raus von dir, dann! Back auf! Du bist in kein Position zu machen. Woa, 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 woa! Du bist nur mit den Fingern! Ich habe nicht einfach mit das. Ich habe meine Sorgen. Warum sie? Es scheint, wie ein Stab in die Schmerzen, Lilly. Sie ist immer so stolz, zu sehen, was wir gefunden haben. Sie nie sprechen über ihre Familie. Sie können sich mit diesen Bastards, für alles, was wir wissen. Meine Familie ist nicht ein paar Messer-Rittlede, Leute, sie sind fucking Muthren! Sie sagen, es war nicht du. Es war nicht ich. Wie, vielleicht sollten wir wählen, oder so. Wählen? Was? Also, Carly ist eine Stand-Up-Gal, und vielleicht war das alles nur ein Fehler. Wir müssen uns auf die Fakten schauen. Lasst uns auf, wir essen, und wir machen es. Lilly, stoppen die Finger auf alle. Wir wissen, dass etwas passiert ist, und wir können nach dem Boden wenn wir die Hände halten. Ich weiß, was wir gefunden haben. Ich weiß, Lilly. Ich weiß. was ihr? Warum ist das? Nein, sich nicht zuh Seattle. Es war keine Kundin, was es eine Kuiere wieder? Was das? Ich habe erneut zwei zusammen. Ich habe nicht das gemacht, Ich habe nicht das ja, dass es sich auf die linke. Du買st mich hinein und sagest mich, dass du keine Dinge mit dem tun haben. Lilly, ich lebe auf ihn. Ich.. Ah! Was ist das da? Ich hab Geschichte! Ich hab einiges. Wir müssen uns zu reden. alter die ist schon nun ja die kenne die rv hat zum surface damage dass es ein walker trappd underneath gott everyone keep your eyes peeled you know what we shouldn't just pick you out we should hear what everybody thinks you should chill out i'm not gonna take this you can push ben around but you can't push me around i'm really sorry you feel that way i'm starting to think maybe it was both of you i'm not doing this come on you're the one who found them you can't just abstain fuck all that this is nuts we're out here on the side of the road okay fine then kenny i don't know fuck just stop would you well your vote counts for you and katya we don't need all these votes what do i have to do for you to trust me i'll do anything i'll i'll do watches for months stop this you're torturing him no ben stop this is about trust and i've never trusted you lilly lay off i can't lee you know i can't thank you lee please listen to him please don't kick me out of the groove we won't tell me now there i got it let's just get back that's not happening you think you're some tough bitch don't you like nothing can hurt you but you're just a scared little girl get the fuck over it take a page from lee's book and try helping somebody for once now what the fuck's the problem alter hat sie nicht getan ist sie irgendwie so ein bisschen schwerstbehindert alter kenny what's happening keep duck away from the windows jesus christ get in we're leaving this crazy bitch she couldn't be trusted lee i swear please ne ne verschwinde i don't care you're a murderer lilly we can't have you with us i'm a murderer you've had lee with you this whole time i don't care what he did before you know yeah he told me i don't give a shit if we keep you with us how long until you get me i was trying to protect all of us i don't have anything left get in lee let's go you guys dumm man sein kann alter you Okay, dann machen wir das mal, obwohl, das machen wir einfach in der nächsten Folge, ähm, ist jetzt vielleicht ein bisschen kurz, aber, was soll's denn, ja, wir können gleich reden, ähm, ich würde sagen, an dieser Stelle verabschiedet mich erst mal von euch, vielen Dank fürs Zuschauen, und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder, bis denn jetzt, ciao!